Die Quest hier nochmal für das Exo Schwert. Für Sieglers Schwert, ein neugeschmiedes Schwert. Okay, warte mal, dafür. Und das ist dort. Oh oh. Mal gucken, wie es weitergeht. Der mit dem blauen Schild, der mit dem Akkuschild, den muss ich gleich auf ein Viertel runterschnitzeln. Danach den Endboss so weit runter. Es geht schnell mit dem Schwert. Es geht schnell mit dem Schwert. Es geht schnell mit dem Schwert. Okay. Dann ist es schön. Okay. Gut. Die anderen beiden können einfach so drauf gehen. Kommt der gleich sofort oder was? Äh, gleich kommt er. Er kommt als Erster. Er braucht, äh, deiner. Aber nach ne gute Zeit, ich will ihn sofort noch. Alla cool. Er macht Jagd auf dich. Erstmal kommt Alla cool. Ah. Es wird da keine Super drin. Ne. Keine Super drin. Wo ist neini? Oh ja, da geht's rein. Er ist's. Oh ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, gut raus. Ja. Zum Boss. Ja. Oh, runter. Ich lass mal schwer drinnen, ne? Ja. Wann kommen denn die anderen Ritter? Ja, verfolgt mir die ganz weit. Oh, da ist er. Okay, wo ist der denn jetzt? Da. Ja, ich hab's hier noch. Ja, ich hab's hier noch. Ja, klar. Ich hab's hier noch. Ja, klar. Ich hole dich mal eben. Ja, ich hab's hier noch nicht. Doch, ich hab's hier als der Heide bewegen. Nee, ich... Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, ich hab's hier noch nicht. Ja, ich hab's hier noch nicht. Ja, komm doch, die anderen Ritter sind auch gerade. Da haben wir Ritter. Ja, ich hab's hier noch gefallen. Mann, ich seh' in den Wichser nicht. Ich hab's hier auch schon mal gut zu sagen. Ich hab's hier noch nicht mehr zu reden. Da ist einfach juste verstanden. Ja, ich hab's hier ja schon mal... Ja, ich hab's hier nicht mehr zu machen... Ja. Also gut Wo ist es denn genau? Da Ist freigeschnitten Hier da hinten ist der andere da Lein ist da Oh Down Ist nur noch meiner da, mein dritter Okay, kommen wir überhaupt noch? Ja Sehen, was gar nicht Boah Nein, wollte ich gar nicht Oh, falscher Ritter Egal, kriegt sich da eh nichts ab Oh, er kommt hier mit dem Bubble Einen Ritter ist blind Ja, einer ist blind Ja, einer ist blind Kaffee Kaffee Pool Oh, das ist ein Mabel Oh, da kommen wir alle Wenn die Scheiß behalten sollen So einen Äh, Garnaden, Mann Oh, mich haben sie gewischt Oh, 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 oh Oh, das lenkt ihn noch, wow Wenn wir das Gehirn auf dich zulaufen sehen, ich halte Warte erstmal Oh, Mann, ich holste ihn ja, ne? Ja, die sind im Ops, zwei Stück Oh, Mann, da bin ich schon nicht wieder, ich bin immer wogegengesprungen Oh, Mann Shit, 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 shit Kann ich meinen Super nicht trotzdem auf ihn abschießen? Passiert auch nicht, so leere Ähm Ne, ne, hab ich auch nicht, ich hab nur leere Wo ist ein Leer? Oh, Mann Woah, woah, woah Ich bin durch, scheiße Wer wird gerade wieder runter? Hm? Wo ist er jetzt? Hinter mir Ufff Weiterfiechen an, ne? Nein, 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 nein Ich sitze so auf, aber ich bin nicht in Schaden, ich bin Okay Ich bin nicht so weit, ich bin ganz schnell gelegt Ich bin nicht so weit, ich bin nicht so weit Ich bin nicht so weit Ich bin nicht so weit Nein, nicht so weit Jetzt ist er Okay, dann höre ich auf, dann nimmt das Schwert rein Komm schon fast Dann höre ich auf, dann höre ich auf zu schießen Hier, wenn er wieder kommt, dann kannst du schnell anfangen Okay, warte, ich muss kurz warten Bis meine Energie vollgeladen ist Warte Gute Warte Ja, warte, warte. Lass die mal in Ruhe. Ich muss jetzt meine Energie wieder aufladen. Na, meine Helz. Zu wenig. So, ich mach das jetzt. So, wo ist der Boss? Wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Toll, eins. Wo ist der? Fuck. Ja. Ja, hab ich. Geschafft. Geil. Danke. Alter. Dankeschön. Alter. Alter. Das war ein Nervenaufgleich. Na, super. Geschafft. Ja, sauber. Geil. Mal abholen das Wert. Geil, geil. Mal abholen. Mal gucken, wie es aussieht, was das bringt. Hui. So, bin ich mal gespannt. Da ist es. Pogenwerfer 310. Ah, groß. Gib mir das Schwert, gib mir das Schwert, ja. Boing. Warte mal. Warte mal. Ja. Cool. Oh, ja. Das ist es. Ja, erstmal leveln. Dafür wohl erstmal glimmerhaft, kein glimmer mehr. Ah, sieht auch schon mal nice aus. Wir sehen erst auf dem Rücken aus. Ah, so, so. Ja, tanzen kann mit dem Schwert auch. Das wäre schon mal gut. Geile Sache. Endlich.